Am 4. Juni wäre der russische Kreml-Kritiker Alexej Nawalny 48 Jahre alt geworden. Zu seinen Ehren hat am Dienstag ein evangelischer Gottesdienst in Berlin stattgefunden, an dem auch seine Ehefrau Julia Nawalnaja teilnahm. Sie bedankte sich bei den Geistlichen der evangelischen Gemeinde und den Gästen des Gottesdienstes. Nawalnaja setzt die Arbeit ihres Mannes als Oppositionelle fort und kämpft für die Meinungsfreiheit in Russland. Alexej Nawalny war der wohl prominenteste innenpolitische Kritiker von Russlands Präsident Wladimir Putin. Im Februar dieses Jahres starb Nawalny in Haft. Die russischen Behörden, die Nawalnys Organisation als extremistisch verboten haben, sagen, er sei eines natürlichen Todes gestorben. Nawalnys Unterstützer glauben, dass er von den Behörden getötet wurde, was der Kreml bestreitet.